Ich freue mich, dass Sie Kulturzeit gucken. Der Krieg in Gaza berührt wohl jeden. Das Schicksal der israelischen Geiseln, der Palästinenser auf der Flucht, ohne Wasser, Essen, Strom, Kontakt zur Außenwelt. Und wenn manchmal Emotionen im Spiel sind, Ängste, Wut über Ungerechtigkeit, führt das dazu, dass die andere Seite dämonisiert wird. Seit dem 7. Oktober hat antimuslimischer Rassismus zugenommen und Antisemitismus. Cornelius Janssen nimmt sich jetzt Zeit, um den Antisemitismus in der Popkultur zu betrachten. Der ist bei berühmten Musikern wie Brian Edo oder Roger Waters nicht neu, aber gerade neu aufgeladen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und seitdem hat Erdogan bei der Pressekonferenz mit dem deutschen Bundeskanzler eine Zwei-Staaten-Lösung in den Grenzen vor 1967 gefordert und meint damit, bevor Israel unter anderem den Gazastreifen, das Westjordanland und Ost-Jerusalem besetzt hat. Von Geopolitik jetzt zu Kultur und politischen Einstellungen und dem nicht enden wollenden Debakel um die Dokumenta. Am vergangenen Wochenende waren zwei Mitglieder der Findungskommission zurückgetreten, werden am Montag berichtet, der eine Ranjit Hoskote wegen Antisemitismus-Vorwürfen, die andere, weil sie nach dem 7. Oktober nicht einfach weitermachen wollte, als wäre nichts gewesen. Seit gestern Abend sind auch die übrigen vier Jury-Mitglieder raus, weil sie, so ihre Begründung, eine Dokumenta in der aktuellen Meinungslage in Deutschland für unmöglich halten. Für sie stehe die Kunstfreiheit in Frage. Mehr von Lothar Schüler. Ja, weiter mit Zerreißprobe. Kunst zwischen Politik und Gesellschaft in der neuen Nationalgalerie. Nee, nichts Schlimmes. So heißt die neue Ausstellung da.